Und das bringt mich jetzt schon zu meinem Thema. In letzter Zeit haben wir über das Entrückungspuzzle gesprochen. Die Entrückung ist das unglaublichste Ereignis, das sich jemals abspielen wird hier. Paul sagt, ich erzähle euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle schlafen, aber wir werden uns verwandeln. In einem Moment. In einem Augenblick. Beim Ertönen der letzten Posaune und die Trompete wird saunen und die Toten werden auferstehen, unvergänglich. Und wir werden verwandelt werden. Denn der Herr selbst wird von Himmel kommen mit einem Schrei mit der Stimme der Erzengel und die Posaune Gottes und die, die in Christus tot sind, werden zuerst auferstehen und wir werden auch auferstehen. Und wir werden auch auferstehen. Die, die wir jetzt leben und jetzt auch weiterhin leben, werden mit ihnen gemeinsam aufgefangen werden in den Himmel in die Wolken um den Herrn dort zu treffen. Und wir werden immer mit dem Herrn sein. Ermutigt einander mit diesen Worten. Und das ist die Entrückung. Unglaublich. Ich werde es nicht versäumt. Ganz egal, ob ich 500 Jahre lebe. Aber jeden Tag werde ich darauf warten. Jeden Tag. Der Rapture Puzzle. Ganz wichtig für ein Puzzle. Teile die inneren von den äußeren Teilen. Mach zuerst den äußeren Teilen. Und dann wird sich alles andere von selbst ergeben. Genauso ist es mit der Entrückung. Unterscheide das, worüber man diskutieren kann, von dem, worüber man nicht diskutieren braucht. Und dann wird es ganz klar. Da haben wir unseren Zeitstrahl. Sieben Jahre Trübsal. Darüber braucht man nicht diskutieren. Das tausendjährige Reich. Darüber braucht man nicht diskutieren. Die Entrückung. Darüber braucht man nicht diskutieren. Die Zeit. Darüber kann man jetzt diskutieren. Now, Matthew 5, 15, 6. Jesus sagt, ihr habt das Wort Gottes um eurer Tradition willen für ungültig erklärt. Um eurer Theologie willen. Und da wollen wir uns davor hüten. Schauen wir uns 1. Thessalonicher 5, 9 an. Wir sind nicht zum Zorn bestimmt. Nummer eins, die Theorie, die der Mitte der Trübsal angehört, das widerspricht dieser Theorie. Ich möchte das jetzt nicht noch einmal erklären, ich habe das die letzten Monate erklärt. Nummer zwei, die Theorie der Post-Trübsal, auch das widerspricht diesem Vers. Nummer drei, die Theorie der Dreiviertel-Trübsal, die versucht zwar nicht, diesen Vers hier zu widersprechen, aber widerspricht Matthäus 24, 29. Denn das hier ist jetzt schon die Wiederkunft. Und es steht in der Bibel, aber direkt nach der Trübsal, wieder Wiederkunft. Aber diese Theorie verdreht das zum Dreiviertel-Teil. Trotz der Tatsache, dass es in der Bibel steht, es wird nach der Trübsal stattfinden. Also sie rücken das nach vorne. Und sie erklären das Wort Gottes deshalb für ungültig. Denn die Ankunft Christi wird sein, genau wie die Tage Noas. Vor der Sintflut aßen, tranken und heirateten sie bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Vor. Vor. Und sie wussten nichts, bis die Sintflut kam und sie alle mit sich rissen. Nichts. Und der einzige Ort, wo du nichts wissen kannst, ist vor der Sintflut. So wird das Kommen des Menschensohns sein. Also das ist jetzt ganz wichtig. Denn wenn wir die äußeren Teile des Pusses haben, dann können wir auch die inneren Puzzleteile zusammenfüllen. Und um das geht es mir heute. Das werde ich heute tun. Meine Botschaft heute. Hier geht es um das Haus des Vaters. Das Haus des Vaters. Die alte jüdische Hochzeit. Und wir werden hier mächtige, prophetische Implikationen sehen für die jüdische Hochzeit. Im alten Judentum war die Ehe eher ein Bündnis, das dem Überleben oder der Praktikabilität diente. Und Romantik war ein zweitrangiges Thema. Wenn überhaupt ein Thema. Die alte jüdische Hochzeit wurde in drei Teile gegliedert. Eigentlich zwei Hauptteile. Der erste Teil nennt sich Shidduchin. I've got to learn German. Now I've got to learn Hebrew. Shidduchin. Shidduchin. Right, exactly. Shidduchin. Thank you. The second part. Erosin. Der zweite Teil, Erosin. Thank you. And the third part. Neshuin. Und der dritte Teil, Neshuin. Yeah, thank you. I'm pretty close. Okay, the first part was the matchmaking. Der erste Teil, das ist die Partnervermittlung. Second part, the engagement. Der zweite Teil, die Verlobung. The third part, the marriage. Und der dritte Teil, die Heiratung. Und wir werden hier sehen, dass das alles schriftgemäß ist. Shidduchin. Shidduchin. The primary arrangements. Die vorbereitenden Maßnahmen. Prior to the legal betrothal. Vor der gesetzlichen Verlobung. Nämlich vor Erosin. Now, the first step in the whole process. Der erste Schritt jetzt in diesem ganzen Prozess. Finding a potential partner. Is it a potential partner to find. It's like that today, right? It's like that today, right? Parents, close relatives or friends look for the prospective partners. Eltern, enge Verwandte oder Freunde suchen nach potentiellen Partnern. Das ist jetzt nicht die Verantwortung von dem Mädchen oder dem jungen Mann. Sondern alle sind hier involviert. Weil man heiratet hier nicht nur eine Person. Sondern eine ganze Familie. Und die Familie kümmert sich darum, hier einen Partner zu finden. Auf der Grundlage von Charakterbildung, finanziellem Status. Und alle Werte, die hier wichtig sind. Wenn wir jetzt 2000 vor Christus zu Abraham zurückgehen. Er ist ein Bild für Gott, den Vater. Er ist die einzige Person in der Bibel, die ein Bild für Gott, den Vater darstellt. Er hat seinen Sohn geopfert. Jetzt sucht er für seinen Sohn eine Braut. Und er schickt seinen Diener zurück in das Haus seines Vaters. Zurück in Babylon. Geh in mein Land und zu meinen Verwandten. Und nimm eine Frau für meinen Sohn Isaac. Er hat nicht jetzt den Isaac selbst geschickt, sondern den Diener. Und Isaac hat Gott vertraut durch den Diener. Er hat den Diener seines Vaters vertraut. Und dieser Diener ist hier 640 Kilometer bis zum Haus des Vaters von Abraham gereist. Das ist so wie von Wien nach Strasbourg in Frankreich. Also über Stuttgart vorbei. Und wie durch ein Wunder kommt er zum Haus von Abrahams Bruder. Nummer 2. Gegenseitiges Einverständnis. Und der Diener kommt hier also an und trifft ganz zufällig die Rebekah. Wessen Familie gehörst du an? Und sie sagt, es ist die Familie von Abraham. Sein Bruder. Und der Diener denkt sich, oh das ist ein Wahnsinn. Danke Gott, danke. Und jetzt erklärt der Diener, warum er da ist. Er gibt da Rebekah ganz viel Gold und die geht zurück zu ihrem Vater, zu ihrem Bruder. Dann kommt der Diener an und sagt, also ich bin der Diener von Abraham. Wir sind Familie. Gott hat Abraham unglaublich gesegnet. Und er hat diesen wunderbaren Sohn. Und der ist single. Und ich suche eine Frau für ihn. Und während er Isaac so beschreibt und Abraham, dann passiert was. Abrahams Bruder sagt, also wir werden das Mädchen rufen und ihre Wünsche besprechen. Und so fragten sie Rebekah, willst du mit diesem Mann gehen? Und sie sagte, ja, ich werde gehen. Das ist ganz basierend auf Glauben. Es gibt jetzt keine Fotos von Isaac, kein Video von Isaac, kein Smartphones. Sie hat überhaupt keine Ahnung, wie der aussieht. Überhaupt keine Ahnung. Sie geht also ran, rein im Glauben, aufgrund der Tatsache, wie der Diener die Tatsache beschreibt. Wie schaut es mit uns aus? 1. Petrus 1.8 Und obwohl ihr Jesus nicht gesehen habt, liebt ihr ihn. Ist es nicht so? Wir haben Jesus noch nicht gesehen. Rebecca ist ein Bild für die Braut Christi. Wir haben Jesus noch nie gesehen. Aber wir lieben ihn. Und wir glauben an ihn mit unaussprechlicher Freiheit. Wir sind Rebecca. Und Isaac ist Christus. Abraham ist der Vater. Und die Braut kommt aus Babylon. Und wir kommen aus der Welt heraus. Die alte jüdische Hochzeit, der Teil 2. Das war die Verlobung. Und das bringt uns jetzt zum dritten Punkt. Der Vertragsvorschlag. Auf Hebräisch Chetuba. Sie schützt die Rechte der Ehefrau. Indem sie die Pflichten des Bräutigams bei der Versorgung der Frau spezifiziert. Dieser Vertrag wurde sowohl vom Vater des Bräutigams als auch vom Vater der Braut und von Bräutigam und Braut selbst unterschrieben. Die größte Verantwortung vom Brautvater war es, seine Braut, seine Tochter zu schützen. Du musst mir garantieren, dass du dich um sie kümmern wirst. Und das ist die Höhe des Unterhalts für den Fall einer Scheidung. Das war jetzt ein Vertrag. Schaut euch einmal den Vertrag an, den wir haben. Jeremiah 31, 31. Siehe, es kommen Tage, da werde ich mit dem Haus Israel einen neuen Bund schließen. Wir alle leben das, weil wir hier in Israel hineingepflanzt werden. Ich werde mein Gesetz in sie hineinlegen und es auf ihr Herz schreiben, wiedergeboren zu sein. Ich habe das vor 45 Jahren selbst erfahren und ich wurde damals einer anderen Person. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist eine Heirat. Ich werde ihre Missetat vergeben und ihre Sünde werde ich nicht mehr gedenken. Das ist unser Ehevertrag, den Gott uns anbietet. Jeder, der hier Amen dazu sagt, das ist deine Unterschrift. Ich sage Amen, Herr Jesus. Ich glaube es, ich empfange es. Nummer vier. Die Bezahlung. Das Mohar. Und der Knecht brachte Silber und Gold und Kleider für Rebekah. Denn die Familie hat jetzt mit Rebekah einen sehr wichtigen Arbeiter verloren. Nicht nur ein Familienmitglied. Sie würde jetzt einfach weg sein. All das, wofür sie vorher verantwortlich war, müsste jetzt jemand anderer machen. Du musst jetzt für unseren Verlust irgendwie... Silber und Gold, das war damals ganz normal, das zu bezahlen. Wenn du die Tochter von jemandem mitnimmst, dann musst du das auch irgendwie bezahlen für den Verlust. Also Kleider für Rebekah. Und kostbare Geschenke für ihren Bruder und ihre Mutter. Wie ist es mit uns? 1. Petrus 1, Vers 18. Wir wurden nicht mit verderblichen Dingen wie Silber oder Gold erlöst. Jesus hat uns nicht Gold angeboten für unsere Erlösung. Sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Hat er seine Braut gekauft. Vom Sklavenmarkt der Sünde. Und was zahlst du, wenn du diese Braut möchtest? Die gehört mir. Sie hat gesündigt. Ich habe aber einen Preis, den ich bezahlen werde. Ich bezahle mit meinem Blut. Jesus hat uns mit seinem eigenen Blut gekauft. Wow, 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 wow. Das ist unglaublich. Ein Lamm ohne Fehl und Tadel. Nummer 5. Der Kelch des Weins. Nachdem das hier alles vollbracht wurde, das Einverständnis, der Vertrag wurde schon unterschrieben. Die Bezahlung wurde abgewickelt. Dann wurde ein Kelch Wein herausgebracht. Eigentlich sogar zwei. Und der Wein symbolisiert sowohl Kiddush, die Heiligkeit. Wir werden hier also ausgesondert dafür, was gut ist. Und auch Havdala, das bedeutet, wir sind abgetrennt von dem, was uns schadet. Jesus war im oberen Raum. Und hat dort seine Braut verlassen. Und Jesus sagt damals, ich habe mir von Herzen gewünscht, dieses Passach mit euch zu essen. Und der Wein versiegelt diesen Bund, bevor ich leide. Ich werde es nie wieder essen, bis es im Reich Gottes vollendet ist. Und das ist die Entrückung der Kirche. Bis es erfüllt wird. Bis ihr eure unsterblichen Leiber erhält. In dem Moment, in dem Augenblick, als die letzte Trompete erscheint, die Toten unvergänglich auferstehen. Und ihr werdet verwandelt werden. Ich werde nicht wieder an diesem Mal teilhaben, bis wir nicht im Königreich sind und alles erfüllt worden ist. Und in gleicher Weise, Jesus nahm den Kelch und sprach, dieser Kelch, der für euch ausgegossen wird, das ist der Preis, den ich bezahlt habe für euch. Das ist der neue Bund in meinem Blut. Das ist der höchste Preis, der bezahlt hätte werden können. Nummer sechs, das reinigende Bad, das Mikveh. Im Judaismus ist es fast wie eine Taufe. Nur, dass sie das immer machen. Braut und Bräutigam müssen beide zeremoniell gereinigt werden vor der Hochzeit. Und jetzt kommen sie also in diese Zeremonie und werden gereinigt. Und wenn sie da herauskommen, werden sie tanzen. Es gibt so einen Tanz mit ihren Freunden. Das machen sie vor dem Sabbat, vor jedem Fest. Manche Juden machen das jeden Tag. Also das ist ein rituelles Reinigen. Epheser 5, 25, Christ liebte die Gemeinde. Sie ist seine Braut. Und er gab sich selbst für sie hin, um sie durch die Waschung mit Wasser durch das Wort zu heiligen. Wir werden laufend gereinigt durch sein Wort. Wenn wir über sein Wort meditieren. Nummer sieben. Der Segen unter der Hupa. Nach dem Tanzen sind sie dann unter diese Hupa gekommen, so ein Leinendach. Und da gab es dann einen siebenfältigen Segen, den werde ich jetzt nicht näher ausführen. Jesus war mit seinen Jüngern im oberen Zimmer. Aber zuvor noch, die Hupa symbolisiert die Heiligkeit ihres neuen Heims. Also das symbolisiert jetzt das neue Heim, das entsteht. Unter Gottes Gegenwart. Das ist alles unglaublich. Es hat einfach Jesus noch nicht drinnen. Sheva Prahot. Die sieben Segnungen. Jetzt hören wir uns mal die Segungen von Jesus an. Im oberen Zimmer, beim Abendmahl. Lasst euer Herz nicht erschüttert sein. Er gibt seiner Braut hier einen Segen. Bevor er geht. Ihr glaubt an Gott. Glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, um euch einen Platz zu bereiten. Wenn ich hingehe und euch einen Platz bereite, werde ich wiederkommen. und euch zu mir nehmen. Damit ihr auch dort seid, wo ich bin. Also das ist jetzt das unglaublichste siebenfältige Segel. Das ist die perfekte Segel für eine Braut. Nummer acht. Die Geschenke für Braut. Und zwar Matan heißt es. Und die Braut heißt Kala. Damals gab es noch keine Ringe. Für die Eheschließung, aber heute schon. Bei jüdischen Hochzeiten. Auf die Innerseite des Ringes schreibt man die Worte. Ani l-dodi v-dodi-li. Ani l-dodi v-dodi li. Ani l-dodi v-dodi li. Try that. Ani l-dodi v-dodi li. It's Hebrew, right? Oh my goodness. And you know what it means. I am my beloveds and my beloved is mine. Ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mine. Mutual consent. Das ist gegenseitiges Eingeständnis und ein Vertrag. Wir gehören jetzt einander. Man würde hier immer dann ein Geschenk geben und das war sehr wichtig. Sie sind wieder unter dieser Hupa. Sie hatten gerade die Reinigungszeremonie, den Segen. Und dann würde der Bräutigam, der Brat, ein unglaubliches Geschenk geben. Warum? Weil er jetzt das Haus verlässt. Und weil es dann ein Jahr zwischen der Verlobung und der Eheschließung sein wird. Sie waren jetzt dann legal verheiratet. So wie Maria und Josef. Und dann kam hier also ein Jahr des Wartens und da wurde Maria, die Mutter von Jesus, damals schwanger gefunden. Jesus hat uns ein Geschenk gegeben. Und dieses Geschenk ließ sie so zuversichtlich sein, dass er wiederkommt. Schau, ich komme wieder. Ich liebe dich. Wir sind verheiratet. Ich kann es gar nicht abwarten. Und bis dahin gebe ich dir jetzt was. Wenn du dir das anschaust, wie wertvoll das ist, das bedeutet, ich komme, ich komme wieder. Epheser 1,14, das ist bei uns der Geist. Der Geist ist bei uns die Garantie für unser Erbe. Unsere Hochzeit mit Jesus. Das Pfand in Erwartung unserer vollständigen Erlösung. Als die Braut Christi. Geliebte, wir wissen noch nicht, wie wir sein werden. 1. Johannes 3,2 Aber wir wissen, dass wenn er erscheint, werden wir wie er sein. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wer auch immer diese Hoffnung hat, reinigt sich. In Erwartung unserer vollständigen Erlösung. Wir sind wie Jesus. Unvergänglich. Nummer neun. Die Braut im Wartezustand. Sie wird jetzt ein Jahr warten. Vielleicht sogar zwei. Sie hat keine Ahnung, wann er wiederkommt. Und das wird die Überraschung ihres Lebens werden. Aber sie hat schon viel Arbeit zu tun. Sie muss einmal lernen, wie man Apfelstube macht. Und man wird ihr beibringen, wie man die besten Mahlzeiten kochen kann für ihren Mann. Alles, was sie noch nicht weiß, wird die Mutter ihr zeigen. Sie macht ihr Heiratshochwärtskleid. Und alle helfen mir jetzt, eine Ehefrau zu sein. Sie haben ein bis zwei Jahre, um ihr das beizubringen, was sie wissen muss. Und sie wird ihren Mann aber nicht mehr sehen, bis er nicht kommt, sie zu holen. Aber sie schicken einander schon Nachrichten. Und das tun wir auch. Wir auch. Wir haben ihn zwar noch nicht gesehen, aber wir kommunizieren mit ihm, mit unserem Herrn. Die Braut im Wartezustand und das Haus des Vaters. Jetzt wird der Bräutigam wieder weggehen. Zum Haus des Vaters zurück. Und er wird dort einen Platz für sie bereiten. Und der Vater wird dann dem Bräutigam helfen, einen Zubau zum Vaters Haus zu machen. Er wird kein ganz neues Haus bauen, sondern der neue Ort wird Teil des Vaters Haus sein. Und da hat viel Arbeit hier zu tun. Er wird hier also einen Zubau machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und wenn das Haus dann fertig ist, wird der Vater ihm das wissen lassen. Nein, 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 das ist nicht gut genug. Das ist mein Haus. Du machst das jetzt nicht. Du schickst das, du schickst das. Nein, 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 du bist nicht bereit. Dad, das ist noch nicht fertig. Vater, wie lange noch? Erst wenn es ganz fertig ist, dann gehst du, wenn es ganz perfekt ist. Aber das ist mein Haus. Mach's fertig. Mach's perfekt. Okay, Vater, das mache ich jetzt. Und wenn der Vater dann ein Okay-Wart gibt, wird sich das inspizieren und wird dann sagen, Okay, sehr schön. Sohn. Jetzt kannst du gehen und deine Braut holen. Yes! 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 Jesus ist gegangen. Und er bereitet für uns einen Platz. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie dieser Ort aussieht. Aber im Buch der Offenbarung wird es beschrieben. Das neue Jerusalem. Und das ist sein Geschenk an uns. Das neue Jerusalem ist das Geschenk an die Braut. Es ist der unglaublichste Ehering, den man sich vorstellen kann. Das ist unser inneres Heim. Das ist unser inneres Heim. Das ist der Ort, den er vorbereitet. Er ist so riesig, dass es noch nicht zur Erde kommen kann. Es muss in Revelation 21 kommen, wenn es eine neue Erde und eine neue Erde sein wird. Die Straßen sind aus Gold. Es ist das Unglaublichste, was wir uns überhaupt nie vorstellen können. Es ist so groß, dass die Erde, wie sie jetzt ist, es nicht tragen könnte. Es ist einfach zu groß. Es ist so groß, dass es fast den gesamten Mittleren Osten abdecken würde. Das ist die Größe der Stadt und dieselbe Höhe. Es ist einfach unglaublich. Das ist das Haus des Vaters. Und das ist es, was Jesus hingegangen ist, um fortzubereiten für uns. Und er hat für jede einzelne Person auf der Liste einen Platz vorbereitet. Okay, Rob Prokop habe ich hier. Okay, let's get to work. Schauen wir mal, was wir bereiten bevor für Sie. Das hier ist perfekt für Sie. So werde ich das machen. Und wer ist dann der Nächste? Markus Haussmann. Okay, let's get his place ready. Okay, that's what I want for Markus Haussmann. I want it like this, because I know what he's like. Und ich weiß genau, wie er ist und wie er es gern hat. Und ich werde es so machen. Ich will es so machen. Ich will es so machen. Es wird einfach unglaublich schön sein. Und es wird uns einfach wegblasen. Nummer 10, das Timing des Vaters. Aber von jenem Tag und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Wenn alles fertig ist, wird der Vater zu Jesus sagen, wird sich zu ihm drehen. Mein Sohn, geh und hol deine Braut. Und Jesus wird auf den Wolken herabkommen. Und Jesus selbst wird vom Himmel herabkommen mit einem Schrei und mit der Stimme der Erzählung und das Schafott Gottes. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und wir, die wir lebend sind, werden in die Wolken aufgenommen werden, um den Herrn dort im Himmel zu treffen. Und wir werden dort für immer mit ihm sein. Nummer 11, der Bräutigam kehrt zu seiner Braut zurück. Um Mitternacht ertönte ein Ruf. Matthäus 25, 6, Seht der Bräutigam. Behold the Bräutigam. Seht der Bräutigam. Mitternacht war da ein Schrei. Behold the Bräutigam. Behold the Bräutigam. Und da war die Schofahrs. Behold the Bräutigam. The Bräutigam is probably sleeping and thinking, oh, here he is, here he is. Get ready. She had everything ready. Her dress was there. She just slipped right into it, brushed her teeth, and put a little makeup on. And she was out the door to meet him. Come out to meet him. Kommt heraus, ihm entgegen. Then all the virgins rose to trim their lamps. And the bridegroom came. And the bridegroom came. And someday, that's what we're going to say. It's not going to be future, it's going to be past tense. Jesus is gekommen. And he came. And the bridegroom came. And those, who were ready, went in with him. To the wedding feast. And the door was shut. If you miss it, you miss it. There's no second chance. There's no second chance. If you're not ready, you're not ready. There's no second chance. The door was shut. Be on the alert, then. Seid also wachsam. For you do not know the day nor the hour. Now, part three. Number three. Neshuin. Neshuin. The marriage. Step eleven. Step twelve, sorry. Zwölf. The lifting of the bride. The lifting of the bride. So she hears the shofar. She hears the shout. Sie hört also jetzt das shofar. Und sie hört auch den schreit. Suddenly everybody from her side of the family and her side of the village. Alle von ihrer Seite der Familie, von ihrer Seite des Dorfes. Neshuin means to take. Neshuin bedeutet nehmen. From the word to lift, to carry. From the word to lift, to carry. And they would run to her home. And they would carry her to the bridegroom. Und werden sie zum Bräutigam hintragen. They would lift her up. Werden sie aufheben. And they would meet. Shofars ringing. The bridegroom is coming. Und sie werden sich dort treffen. Die Shofars wird man hören. They would meet. Und dort werden sie sich treffen. And so we will meet. Und so werden wir Jesus treffen. I tell you a mystery. Ich sage euch ein Geheimnis. We will not all sleep. Wir werden nicht alle schlafen. But we will be changed. Aber wir werden alle verwandelt werden. In a moment. In einem Augenblick. In the twinkling of an eye. In a moment. At the last trumpet. Wenn die letzte Posaune ertönt. For the trumpet will sound. Denn die Posaune wird ertönen. And the dead will be raised imperishable. Und die Toten werden unvergänglich hochgehoben werden. Und wir werden verwandelt werden. Das kommt. Das kommt. It could be around the corner. It could happen before this message is over. Schon bevor diese Botschaft vorbei ist, könnte das passieren. Number 13. Seven days in the wedding chamber. Seven days in the wedding chamber. Das ist biblisch. Isaac brachte Rebecca in das Zelt seiner Mutter Sarah. Wir wissen, dass das sieben Tage waren. Sie wurde seine Frau. Und wir denken, dass es sieben Tage war, aufgrund von 1. Mose 29, 28. Weil es dort Teil der Kultur war. Jakob vollendete die Hochzeitswoche mit Lea. Jakob hat gesagt, Moment mal, das ist jetzt aber nicht die Rahel. Und Laban hat gesagt, naja, wir mussten dir aber zuerst die ältere Tochter geben. Aber ich habe doch jetzt sieben Jahre für die Rahel gearbeitet. Ja, aber jetzt machst du mal deine Hochzeitszeit fertig mit der Lea sieben Tage lang. Und dann gebe ich dir die Rahel. Und dann musst du noch einmal sieben Jahre arbeiten. Und Laban gab ihm dann seine Tochter Rahel zur Frau. Simson sagte bei seiner Hochzeit, Beantworte mir dieses Rätsel in den sieben Tagen dieses Hochzeitsfestes. Wir haben also sieben Tage lang gefeiert. Wie ist es bei uns? Das macht einfach Sinn. Wenn wir uns das Bild ansehen, passt das hinein? Wenn wir schon vorher eindrückt werden, und dann haben wir sieben Jahre mit dem Herrn, das ist doch perfekt. Sieben Jahre. Dann kommen wir zum Teil 14. Das Hochzeitsmahl. Das Hochzeitsmahl. Now, let's go back for a second. There's so much that happens here. Schauen wir uns hier noch einmal das an. Es gibt so viel, was hier passiert in dieser Zeit. Wir werden alle vor dem Herrn stehen. Und er wird uns allen unseren Lob zukommen lassen. Für das, was seine Gnade durch uns vollbracht hat. Und dann gehen wir jetzt zum Hochzeitsmahl, Offenbarung 19. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Das Hochzeitsmahl wird am Ende dieser sieben Tage sein. Und Sie sehen es in Offenbarung 19, kurz bevor der Herr wiederkommt, um uns zu holen. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Braut hat sich bereitet. Wow, das ist unglaublich. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, kleinzend und rein. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das werden wir dann nächste Woche genauer ansehen. Der Engel sprach, Schreibe, selig sind die, selig sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was ihr dort erleben werdet. Aber es ist nur mit ihnen Einladung. Und er sprach zu mir, Diese sind wahrhaftige Worte Gottes. Nummer 15, bevor wir Schluss machen, die Abreise nach Hause. Wenn das dann vorbei ist, werden wir mit dem Herrn wiederkommen. Wir werden den Kampf von Armageddon mit ihm kämpfen. Das ist eigentlich alles Jesus. Und wir werden bei ihm sein. Und hier sind wir. Das sind wir. Auf Weißen Pferden. Nach einem siebenjährigen Hochzeitszeit. Unglaublich. Und es ist kulturell. Es ist alles wahr. Vater im Himmel, wir danken dir. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Dass du uns so sehr liebst. Dass du aus Babylon eine Braut holst. Und aus dem Dreck dieser Welt heraus holst du für deinen Sohn eine Braut. Und der Preis ist so hoch, den du bezahlst. Danke für deine Liebe. Vielleicht bist du heute hier. Wenn du heute stirbst, weißt du, wo du hingehen würdest? Hast du die Liebe Jesus schon empfangen? Dass du sagen kannst, obwohl ich ihn noch nicht gesehen habe, liebe ich ihn. Ich liebe ihn. Bete dieses einfache Gebet mit mir. Sag einfach nur seinen Namen. Jesus. Jesus. Ich glaube. Ich möchte glauben. Fülle mein Herz mit deiner Liebe. Ich möchte Teil der Braut sein. Ich möchte bereit sein, wenn du kommst. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.